Herzlich Willkommen zurück. Der Yugi-Bear ist immer noch da. Nein, ich bin nicht da. Okay, er ist nicht mehr da. Es ist mir leid, habe ich geirrt. So, Verteidigereinsatz hin. Hocken hier. In der Nähe der Muni-Kiste hier hin planten. Das Ding hinsetzen. Außenansicht und go. Kann man damit auch durch Zäune fahren? Ja, geil. Na, 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 na. Ich kann sogar mit dem Yugi-Bear Kisten scharf machen. Das wusste ich schon. Bringt beim Verteidiger nur nicht so viel. Ja, du kannst sie auch überhaupt entlassen. Jetzt wurde ich weg von der... Jetzt wurde ich weg ist, neid, passt. Ich lasse in deinem Felsen, willst du mich verarschen? Ja, Heiko. Was sind das für ein Cheater? Es sind nicht alles Cheater. Doch. Ja, für Heiko schon. Ich lag hinter einem massiven Stein und der snipert mich durch ein Stein. Kommt noch mal, wie groß war denn der Stein? So groß, dass du dann niemals... Da hättest du mit dem Panzer... Einmal noch mal da. Da liege ich jetzt nicht. Da wieder weggesnipert werde, dann ist das... Cheater. Jetzt Eobot, jetzt fahr. Los. Boah. Das heißt nicht Eobot, sondern... Da hast du keine Chance, das Ganze zu entschärfen. Gar kein. Ich mach grad mit meinem Eobot Flugstunden. Warum auch immer. Die Ketten drehen sich auch hier super bei diesem Ding. Die eine Kette steht still bei mir. Hey, Heiko. Es ist klar, dass sie dich hier treffen können. Ey, ich lieg hinter einem Stein. Die treffen von da oben ein. Zu deiner Linken. Äh, die kommen gerade runter etwa. Darf ich mit dem Eobot außer Kriegsgebiet fahren? Nein, darf ich nicht. Ich mach Schluss. Warte, warte. Ich mach Schluss. Ich bin weg. In 3, 2, 1. Tschüss. Da kommen... Mörser runter. Ich hab den Auftrag jetzt endlich mal erledigt. Ich hab grad so eben ein Kill mit dem Ding gemacht. Wo denn? Hier hinten, im Grün. Und ich lebe immer noch. Ich werde auch noch immer noch versuchen, Kills damit zu machen. Das ist so lange, wie ich mit dem Ding hier lebe. Noch ein. Roadkill. Jetzt hab ich den sogar geroadkilled. Hilfe bei Kill. Verdammt. Hast du per Zufall Munition bei dir? Andi, hier hat's ja. Fick dich. Ihr kriegt meinen Eobot. Ja, gut. Den komm ich jetzt so an. Ich hab's geschafft. Ich bin zufrieden. Hast du den Kill schon mit dem Eobot gemacht? Nee. Ich sollte mal näher ans Mikro ran. Tut mir leid, weil ich grad leise war. Hab ich noch nicht. Nee. Ah. Okay. Ich hab's jetzt. War ich grad sehr leise? Nee. Es geht. Alter, der Humvee kommt eiskalt übers Gelände. wieder was für die ACWR. Hä? Von wo denn jetzt schon wieder? Alter, meine Karte. Warum verstellt er mal die Karte? So. Ah. Ja, toll. Heli war grad da und jetzt noch nicht mehr. Da stehst du sehr ungünstig. Ich weiß. Alter, was Mörsern dienen hier? Heilige Scheiße. Nur Noobs? Also Mörsern ist echt das Schlimmste. Besonders du brauchst zwei Treffer, bis so einer stirbt. Fahrzeugkampfunfähig, Bitches. Schade. Ach, wir haben schon nur noch B. Oh. Hm. Ähm, auch zum Thema, ich muss jetzt auch gleich so wahrscheinlich aufhören, weil meine Eltern schlafen gehen. Und wie man vielleicht merkt, schreie ich ein wenig. So ab und zu. Ja, das merkt man. Ich werde eine Runde Sniper an, ob ich das so fühle. Zwei Beine und dann schön zoomen und dann passt. Bisschen was zur Entspannung. Darf ich jetzt, Alter, geh jetzt doch mal hier den Hang hoch. Ja, schaffst du es. Charakter, du hast es geschafft. Wann das? Bei mir höre ich die ganze Zeit so ein Piu. Das ist... Mörser. Ich seh ja keine Feinde. Ich wurde von einem getötet. Hitmarker. Und wiederbelebt. Also ich meine, ich seh keine Camping-Feinde. Also Sniper oder so. Lol. Jetzt wurde ich weggesnickt. Alter, ich hab alles da hinten abgeguckt. Da war nicht einmal ein Sniper und dann holt mich einer so einfach mal weg. Alter, der Typ hat mich ja schon zweimal gekillt. Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann beende ich die Aufnahme. Ich kann nicht bei dir spawnen, WTF. Lol. Ah, verdammt. Nicht mehr geschafft. Ich war außer Kriegsgebiet. Ist klar gewesen, dass du nicht bei mir spawnen kannst. Warum gehst du außer Kriegsgebiet? Weil ich oben durch wollte. Hm? 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 Ich kann bei dir spawnen. Yay! Hast sie? Nein. Ich hab auf meine RPG anstatt auf die Pistole gewechselt. Ich hab sie. Hab ihn auch nicht. Das Geile ist, die RPG ist ein Meter... Oder noch nicht mal der... Die RPG ist auf seinen Füßen eingeschlagen. Er hat kein Damage bekommen. Ich hasse Battlefield. Echt, das ist so ein Scheißspiel. Alter, da segeln erstmal irgendwie 30 Feind über uns runter. Aufklärungsdrohne. Ja, nee. Ist klar, ey. Du scheiß Mörser wach. Was für ein Team und... Alter, schieß erstmal auf diese Aufklärungsdrohne. Auch geil. Hey, wir haben den Humvee geklaut. Find ich geil. Alter. Ich sag bis dann und auf Wiedersehen, Leute. Das war jetzt das Ende von der... Zweiten Battlefield Season. Die dritte beginnt. Sobald, äh... Armort, äh... Killt. Sonst was Zeug da für ein PC raus ist. Plus noch bisschen Aufnehmen. Wahrscheinlich mit dem Raphael. Und bis dann. Willst du auch noch Tschüss sagen? Tschüsser! Und bis dann.